Ja, okay, da du so nett fragst, wer ist dein guter Junge? Ja. Hol den Ball. Cool. Nochmal? Ja, gut aus und weiser. Los, hol. Jetzt spielen wir mit dem Hund. Ja, ne, jetzt ist aber Schluss, jetzt muss ich los. Ja, hast du? Schwere Nöte. Was macht den der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, ihr gefällt es? Oh. Oh. Kommulus Wolken? Hey Abby. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem was gefällt. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Hey Pat. Hey. Oh, Waffenausgabe. Hui. Das übliche, bitte. Na klar doch. Ja, sehr. Welche Trax sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Hey. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Ist etwas eingerostet. Munition. Munition. Wie wär's mit nem kleinen Wettkampf? Der Verlierer Putzdienst. Hm. Riskant. Ein Magazin, höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Brom. Oh. 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 90 Punkte. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja. Es lag nur an der Waffe. Oh. Da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ja. Du bist grausam. Oh. Und du kannst meine Wäsche falten. Coole Sache. Oh. Ein Erfolg sogar noch bekommt. Gehen wir zur Basis. Coole Sache. Ich hätte hier noch Munition. Und dann machen wir die Munition wieder nachladen hier. Hier noch. Nix, nix, nix. Okay. Ja. Ja. Braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Oh. 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 Meine Twacke in hier, ne? Nel sitzt vorne. Nel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr sortiert. Ja, da reden wir mal. Gracias. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Doch schon beankert. Schon beeindruckend hier, muss ich sagen. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein. Schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach auspowern. Ich hab ein paar Extraaufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny. Wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Von dem Erleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, es ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildplatz. Was meintest du wegen mir und Owen? Ähm. Ich hab ihn zwei Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich mein, man sieht sich in der Kantine, aber... Wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir... Gar nicht so einen Kopftroh. Blasch! Shit! Geht da rein! Festhalten! Oh, Skars! Bleib runter! Költe die Wolves! Warte, warte. Ja. Ach, Kerle! Wir haben zu was wir machen! Leer, warte! Körling. Körling. Er raus! Körling. Lauf! Danke! Er raus! 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 Ich hab's Zeit. Hier kommt ihr das mehr raus. Ich seh nichts. Ellie! Ich hab's nicht. Ja! Alles klar? Verdammtes Glas! Wie weit bis zur Basis? Ein gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Gehen wir rein. Schauen wir nach, ob es hier sicher ist. Oh Junge. Okay, schau mal gut los hier. Die Action. Oh, noch eine Münze. Es sind ja schon drei Münzen hier. Mensch. Kentucky. Kentucky Münze. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Verstanden. Oh. Wir werden aber noch keine Rohrbombe bauen. Ah, jetzt. Wir packen das. Nee, die Rohrbombe will ich nicht. Uh, das ist ja ein Grusel-Horrorhaus hier. Grusel-Kabinett. Hier gibt es zu viele Verstecke. Leute. Hier ist jemand. Infizierte. Wie viele Infizierte. Und was für Infizierte? Runner, Clicker, Stalker, Chambler, Bloater. Müsste genauer sein. Danke. Okay, das sieht mir nach einem Clicker aus. Oder? Nee, ist doch nur ein Runner. Da. Okay, das war Nummer eins. Wir können hier sogar Türen aufmachen. Da ist Nummer zwei. So, gehen wir den mal hinterher. Da müsste das Nummer drei gewesen sein. Das müsste das dann auch gewesen sein, der Mann. So. Alles sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mescal und ein Zeichentrickfilm. Hm? Was? Nichts. Mal los. Hm. Irgendwie da hoch. Ich glaube, da geht's raus. Okay. Ja, gehen wir da mal raus. Oh, viele Vitamine. Ah, ist noch nicht vorallgeschaltet. Was herstellen? Ah, noch eine Rohrbombe. Aha. Schön. Nein. Was ich da hier rüberspringen? Abbie! Abbie! Moment! Oh nein, Clicker. Leute! Ah, was ist denn? Oh, oh! Und sitzt! Na los. Krankenhäuser! Na los! Eivis! Achtung! Oh, 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 oh. Ah! Ah! Oh, nein! Ach so, besser! Was ist jetzt? Nein. Fick dich, scheiße. Verschwinden wir von hier. Ah, fröhliches Looten. Noch was? Oh Mann, ey. Gibt's denn noch was? Oh, ne Küche. Bestimmt eine Küchenausstellung gewesen. Würde ich so fast behaupten. Aber auch nur so ein bisschen. Mh, schön. Noch ein bisschen. So, Seattle Tag 1 vorbei. Hey, Leute. Ich glaube, hier geht's raus. Hey, schön. Wie ist denn? Da hinten. Na, da müssen wir auch mal hier gemeinten töten hier. Manny. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Abs. Ich dachte, Ladies first. Ich mag das. Faden. Ach. Ich mag das.